hallo zusammen ja da bin ich wieder und wie ihr sehen könnt kein kami heute mal ohne kami denn ich bin ich befinde mich im urlaub ich bin der woche im urlaub unglaublich aber wahr woche urlaub ohne kami zwar bin ich mit der familie unterwegs frauen kind ja da habe ich mir gedacht eine kleine runde wandern kann ich ja trotzdem und mache heute eine kleine runde durch rupolding bis gleich viel spaß bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis 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 So, hier kann man mit nackten Füßen einmal diesen Parcours laufen. Und so hat er seine Gesundheit tun, hier einen kleinen Brunnen, hier kann man dann ein Fußbad nehmen, nicht schlecht, man merkt hier ist so ein Erholungsort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und da bin ich auch schon durch mit der Tour. Ja, was soll ich sagen, ist ein netter Spaziergang, sehr angenehm, gar nicht schwer. So, zum Morgen kann man das mal machen. Sonst, also wenn ihr mal hier in den Reporting seid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, geht in die Gasthäuser, die sind richtig geil, hier kann man richtig gut essen. Und, äh, Grüße gehen raus nach Kami, sehen uns ja bald wieder. Ja, was soll ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen und ein Abo, ein Abo wäre richtig geil. Und, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020